Wir sind eine Wohngenossenschaft, d.h. unsere Mitglieder sind die Eigentümer der ganzen Genossenschaft. Wir haben heute einen Wohnungsbestand von rund 2500 Wohnungen. Tendenz steigend und das ist jetzt auch ein Teil der Glattbogen, wo es aktuell 130 Wohnungen circa abgerissen wurden und gut 230 Neubauwohnungen geschaffen wurden. Die Gemeinschaftsküche funktionieren seit eh und je. Wir teilen sie auf Blöcke und sagen, es sollten nicht mehr als sechs Parteien auf einer Waschmaschine Tümbler sein. Wenn es zwölf sind, gibt es zwei, wenn es dritzen sind, stehen meistens drei Waschmaschinen und Tümbler zur Verfügung. Wir sind eine Schweizer Genossenschaft und wir tun jetzt die Schweizer Fabrikate eigentlich noch bevorzugen, bevor wir ein Ausländisches Produkt kaufen. Und da ist Schulte S&V zu. Auf dem Markt noch die Einzigen, die in der Schweiz die Wertschöpfung haben. Das ist uns wichtig. Sie sind pünktlich geliefert. Wir haben jetzt Abnahmen gehabt, sie sind sauber installiert und sonst ist eigentlich normal, alles gut gewesen. Also eigentlich ist ja alles selbst geschrieben, also erklärt. Also es ist eigentlich ziemlich deutlich, was man da machen sollte. Und sonst sind wir ja da und tun es gerne erklären. Da kommen die schon daraus, wie es funktioniert. Die Schultern sind sehr robust, also wir haben keine Reklamationen. Ich war bis jetzt eigentlich immer gut. Ja. Ich war bis jetzt.